Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Ich bin gerade am Hauptbahnhof angekommen. Heute ist das Spektrum-Festival. 12 Stunden Hip-Hop-Web, Hip-Hop-Web, Hip-Hop-Web. Ich bin ein bisschen spät an, deswegen fahren wir auch sehr schnell rüber. Aber Zeit für eine kleine Section muss noch sein. Prost! Und bam, mit sechs geht es weiter und wir sind jetzt auf dem Spektrum schon angekommen. Die Bühne hinter uns ist gerade leer, wie ihr seht. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Und Adretti tritt jetzt schon auf. Es ist viel zu früh eigentlich. Aber ich gehe mir das mal angucken und nehme euch mit. Und gemalt wird die Übung jetzt auch schon. Und wenn du jetzt nicht mehr bist, dann bist du schlusslos, dann bist du schlusslos. Ich komm hier nicht hoch, fuck. So, die ersten Ecke sind vorbei, Drittmann hat abgerissen schon mal. Das war aber beschissener Sound, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, was da los war. Möbel haben sie immer richtig gut und jetzt mal ein bisschen UK-Crime-Action-Novelist. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ich meine, wer von euch hat Hunger? Ja, sie ist einfach halten. Bis zum nächsten Mal. Also, aber die Stimmung war einfach krasser. Und ich fahre jetzt nach Hause. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche mir eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wir sehen uns.